Ich schicke den Wagen vor, ne? Ich bin bereit. Ich schicke den Wagen vor. Boah, ich schieße der Wodka in die Fresse. Boah, ne. Vor allem Borsch. Ja, ich bin auch dabei. Okay, Cassie? Aber Ike geht vor. Ike geht vor. Der Wagen geht vor. Wir gehen hinterher. Aber nicht zu schnell. Ike geht vor. Boah, das ist eigentlich voll geil hier. Ja, hier würde ich wohnen. Lass mal hier bleiben. Cassie? Genau, lass hier wohnen. Cassie, das ist doch dein Zimmer da vorne. Da sitzt du doch. Und was bin ich jetzt? Na das doch auch. Cassie, was hast du so'n großes Zimmer? Das Kind da vorne bist du. Cassie, wieso hast du so'n großes Zimmer? Das ist unfair. Was bin ich? Halt dir vor. Ich darf mich selbst irgendwann... So. Alle die Waffen in die Hand. Gleich seht ihr das Schreck. Ups. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Nein. Hi Cassie. Na, wie geht's dir? Feuer. Feuer. Brrrr. Der Catering. Der Catering Service ist da. Kann ich eigentlich. Catering. Was ist da oben? Ja, was ist das mit mir? Ja, was ist das mit mir? Ja, was ist das mit mir, kleine Cassie? Was ist da oben? Was machst du denn da? Boah, halt deinen Maul. Oh Mann. Boah, das finde ich immer so englisch, ne? Cassie! Was? Was? Bitte! Oh Gott. Was hast du für ne Zunge? Was hast du für ne Zunge? Äh, ja. Als ob ihr euch beide versch... Wo ist Cassie? sie du machst jetzt sie hat mich getargetet kassi mach mit dein ebenbild töten mann au 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 brenn 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 let's go aua Aua! Alter, ich hab die gerade erntet, ich hab mein Feuer gelaufen. Hau doch mal ab, Mann! So ein Klackziel! Scheiße, ich bin gleich down, ich bin gleich down. Oh, danke. Der ist ja schon weg. Kessie, was hast du eigentlich mit dein... Kessie, du hast dich ganz schön verändert. Ich hab keine Pfeile mehr. Es ist aus, ich hab keine Pfeile mehr. Ich hab noch welche, keine Angst. Wir zünden das Vieh an. Äh, Melvin, lauf mal hier rum, hier müssen überall Pfeile liegen. Die ich hierher schieße. Boah, ich bin schon wieder down. Du Arschloch! Hei du ihn, hei du ihn, hei du ihn, hei du ihn. Nein, falsche Richtung. Ich bin gar kein... Wait a moment. Oh, was? Ich hab irgendwas... Ach, Loll, der explodiert! Äh, Leute. Ja? Lockt sie mal zu diesen, äh, Tanks. Zu diesen Tanks locken. Welchen? Die können... Äh, diesen... Ah, ich weiß nicht! Die explodieren nämlich. Die müssen in die Richtung so kommen. Ihh! 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 Das macht Babys. Ja, Cassie, du bist doch ne Frau, oder? Ihh! Ihh! Tauberst! Mach dich bereit! Heiß auf! Ja, gut! Au! Nein! Das wollte ich nicht! Ich wollte es nicht! Oh, wow! Hab der schon ernsthaft hochgejagt? Schau mal, diese Teile bewegen sich doch noch! Ich sag dir die Pläder! Tut mir leid, ey. Guck's dir an. Das ist dein toter Sohn. Nee, das ist Cassie. Aber, komm, das müssen wir zu meinem Kind bringen. Ja. Oh, hier ist ein Pfeil. Meiner. Kann mich einfach brennen. Danach! Oh doch, warte, Alkin, du das! Was denn? Ach, das kann er ablegen. Stimmt ja. Ernsthaft? Jetzt muss ich die tote stinkende Cassie durch die Gegend schleppen? Warte mal. Warte mal. Kann man das ver... Nein! Eik? 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 Kannst du... Kannst du nicht mehr das rühren? Nein! Entschuldigung? Nein! Ich würde es doch eh einen anderen Typen besorgen. Ja, aber wir brauchen das, um die Story weiterzumachen. Danach darfst du zwar brennen, Tyrox. Geh... Geht das, Eik? Weiß ich nicht. Noch nie getestet. Okay, ich versuch. Ich hab Angst vor dir, Tyrox. Warum? Du hast einen Molotov in der Hand. Ja, ja. Hä? Hä? Da hinten. Wir sind falsch, genau. Oder? Du bist falsch. Nee, wir sind richtig. Okay. Ich schau von hier aus, du. Ich schau. Warte! Ja. Von hier. Die hat aber auffallen lassen. Eine Karte. Ach ja, hier für die Tür. Okay. So kommen wir an die Karte rein. Jetzt darfst du es versuchen. Jetzt darfst du es versuchen. Komm. Sei mal weg da! Also, treff. Weißt du, wenn das nicht geht, ne? Ich geh mit meiner Machete ran. Alles klar, der Leichenständer hat seinen Spaß. So. Und was machst du so? Oh. Ich hab ja leider keine... Wie die Cassie einfach vorrät und gleich wieder für Mutanten überrascht wird. Nicht die Tonks. Jetzt macht er doch kein... Jetzt verrat er doch nicht alles. Ich will ja, dass er Angst kriegt. Äh... Beim Computer aber noch nichts zu drücken, wenn wir da sind. Jetzt sind wir wieder näher an da drauf. Jetzt kuschelig. Oh, hier war es zwei. Such uns. Wo müssen wir da unten schon wieder tauchen? Kletterhaken-Action. Ähm, warte, was? Oh. Wir brauchen wirklich einen Kletterhaken. Auch schon gemerkt. Oh. Nein! Sie kann runterspringen und wir heilen sie unten. Warum? Ich spinne unten. Hahaha. Man kommt an der Seite halt einfach mal runter. Oh. Stimmt. Ach, Kinders. Ich nehm das mit. Da hat Cybert gemutet. Er hat den Stecker vom Headset rausgezogen. Mhm, das hat man gerade. Oder von was anderem. Das ist aber wirklich so. Cybert zieht immer den Stecker vom Headset anstatt das auf irgendeinen Tastenkürzel zu legen. Ja. Das sieht aber manchmal aus Versehen. Nee, das macht er mit Absicht. Nein. Da kommen dann immer die Eltern rein. Nein, mir! Achso. Hey! So, erstmal rausziehen. Nix. Alles gut, Sabot. Ich hab alles gemischt. Hast du mich? Du hast mich jetzt nicht rausgesteckt. Äh, das sieht mir etwas zu dunkel aus. Oh. Meine Lieblingsfaden. Putsch mal. Was? Was? Was machen die Knochen-Duts hier überall? Können wir nicht gern Knochen nehmen. Haben Spaß. So, Cassie. Was? Äh, nochmal den Urgroßstarter davon. Äh, warte. Oh, immer diese Familienbande. Stopp, der hier. So, wo geht's lang? Ach, Cassie, du, ich bin ja vor dir. Mann, ihr seht alle gleich aus. Soll ich das als Beleidigung nehmen? Ja. Nein. Doch. Ja. Ja, eigentlich schon. Cassie? Warum kann man die Laterne einfach nicht mitnehmen? Das ist... Warum ist meine Batterie schon wieder alle? Ja. Die Sabot wieder vorrennt. Ich nehme das gute alte Feuer. Alter, Sabot, ne, ich sch... Ich schlachte dich gleich. Oh. Ja. Oh. 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 Wie läuft das? Nee, hier muss gesprengt werden. Ja, ja. Ich weiß. Zurück. Oh, Prickeln, 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 Prickeln. Äh, Tyrocks. Ich glaub, das ist... Keine gute Idee. Äh. Ach ne, hier muss doch nicht gesprengt werden. Hier ist ne Tür. Oh. Äh, okay. Beinlich. Tyrocks, deine Eltern! Äh. Oh. Gut. Das war's dann. Gib mir die wieder vom PC-Verbot. Cassie, Cassie, du gehst vor. Das ist dein Onkel. Aber hier gab es doch auch noch Sachen zum Einsammeln. War mir nicht so. Obwohl. Kommt ziemlich näher. Oh, Schokolade. Nee, nicht hinsetzen. Steh auf. Ich will hier hoch. Ich warte auf euch. Sind wir alle da? Nee. Du weißt, das kriegt ein Etwas da. Ach, da. Ja. Der Typ mit dem Roten. Oh, Fahrstuhl. Ist gewittert. Der Typ ist, wenn wir durch die Tür gefahren. Cassie, du. Was würde ich eigentlich, wenn ich mal Musik... Nein, das mache ich nicht. So, den brauchst du doch jetzt nicht mehr. Melvin, warum... Also, es war so eine Frage... Das wird dem zu faschen. Das ist eine normale Frage. Magst du es eigentlich durchgehend zwei Schnörchel im Hals steckend haben? Äh, was? Fein. Ich habe meine Musik noch. Das sieht voll die Geile aus. Das ist der Eisberg. Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Hier schreit es einfach mal rein. Äh, noch nicht an die Konsole, ne? Ich weiß. Aber schaut mal. Ah, Winter Wonderland. Hier kann man gut... Alter, sieht das geil aus. Alter, Frau Schönheit. Ich danke Ihnen. Arschloch. So, danke. So. Boah, ist das Ding laut. Abschießen oder abschießen? Abschießen. Abschießen. Wir müssen eh alle drücken. Ich will nach Hause. Was ist, wenn ich das andere drücken würde? Dann würdest du auf der Insel bleiben. Ich habe ja. Ach so. Alleine. Dann mache ich auch. Wie wir alle ein Foto haben. Ich meine... Ach du Scheiße. Da steht 3 von 6. Nein. Äh. Warte mal, kann man hier oben was bauen? Warte, du kannst den doch rausschmeißen. Nein, der wird mir nicht angezeigt. Nur einer. Kann man hier oben was bauen? Nein, komm. Ich. Ich kann hier nichts mehr bauen. Ich auch mal. Wie ich fand. Nein. Können wir mit dem Aufzug? Dairox, dich mal. Damit schaltest du das Ding ab und du bist gefangen auf der Insel mit uns. Sauber kann man. So. Da ist sie. Wie kann man hier denn bauen? Hm. Das spielt zwar mal offen oder was. Warte mal. Ja bitte. Guck mal. Ne. Ne. Das ist nur durch den ganzen Rhein und Rhein. Du weißt schon, durch dieses eine ist das, glaube ich, passiert. Oh. Kevin, neun Jahre alt, Sally, sieben, Thomas, vier Jahre alt. Hier stehen die Namen. Trotzdem. Da müssen wir alles kaputt machen. Ah, da Cassie. Cassie ist an Feuer. Ja und jetzt? Ja, ich bin raus. Ja. 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 Ja.